Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stunno Gaming und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Euro Traxmutter 2. Das ist auch das erste Video nach der Klassenfahrt, was ich drehe, am Sonntag. Für euch ist es Montag, weil ich drehe die Videos ja immer einen Tag im Voraus. Leute, ich habe absolut keine Übung mehr, ich weiß absolut nicht mehr, was ich sagen soll. Ich will einfach mal sagen, wir starten jetzt hier den Motor und halten das hier nicht an und fahren einfach mal. Wie ewig ich das nicht mehr hier gefahren bin. Ach, wir haben auch noch so einen riesigen Anhänger. Da habe ich hier gar keinen Bock drauf. Aber egal, das schaffen wir schon. Hallo, gib doch mal Gummi jetzt hier. So, aua. Ich glaube, da kam gerade ein Auto oder so was. Nö, kam doch nicht. Okay. Wie sich es gehört, fahren wir natürlich einfach über Rot, weil heutzutage darf ich das. Warum ist ja auch eigentlich zweimal Polizei? Das schacke ich auch nicht. Leider müssen wir tatsächlich jetzt warten. Oder auch nicht, weil es ist grün geworden direkt, wo ich es gesagt habe. Die blinken auch wirklich eine Sekunde, bevor die überhaupt hier an der Spur sind, ne? Sehr interessant. Ich komme hier sonst nicht rum. Und warum leckt die Scheiße? Können wir sagen, dass ich natürlich wieder irgendwas eingeschüttet habe, warum es jetzt hier leckt. Weil sonst wüsste ich es tatsächlich nicht. Aber egal. Hallo, fahr doch jetzt. Ich würde noch ein kmh um die Kurve fahren. Junge. Fährt er wirklich ein kmh um die Kurve? Was ist denn bei dem Falsch in seinem Gehirn? Für mich ist es tatsächlich grün. Okay Leute, wie geht's euch so? Also ich habe ja jetzt lange nicht mehr mit den Kommentaren interagieren können, weil ich ja nicht auf die Kommentaren antworten konnte. Boah. Also es ist schon sehr lange her, dass ich jetzt hier vieles gedreht habe. Weil ich habe nämlich sieben Tage tatsächlich provoziert, nicht nur fünf, weil eigentlich war ich ja nur fünf Tage weg. Ich habe mir mal gedacht, komm, ich mache trotzdem mal hier die sieben Tage voll, weil ich habe keinen Bock jetzt noch am Samstag, wenn wir wiederkommen, also am Freitag, wenn wir wiederkommen, nochmal mich da dran zu setzen, für Samstag ein Video zu drehen. Und deswegen habe ich das nicht gemacht und habe einfach hier vorproduziert. Ich habe ja praktisch für Samstag und Sonntag noch vorproduziert. Und am Sonntag produziere ich ja, oder mache ich gerade ein Video für Montag. Und ja. Genau, wir sind jetzt hier auf jeden Fall auf der Autobahn. Die habe ich sehr oft gesehen in dieser Woche. Ich bin froh, dass wir Montag haben, aber Bock auf Schule habe ich natürlich jetzt wieder nicht. Also man muss, man muss sich ja denken, Klassenfahrt ist dann schon geiler als Schule, wenn man es mal so sieht. Kann aber natürlich auch anders sein. Also diese Klassenfahrt, die wir hatten, das war unsere letzte wahrscheinlich. Die war jetzt nicht unbedingt geil, sag ich mal so. Also man hat da viele Dinge gemacht, die jetzt nicht unbedingt geil waren. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich wieder zu Hause bin. Das kann ich sagen. Die Fahrt zurück war auch absolut schlimm. Aber liegt auch, glaube ich, daran, dass es Freitag war. Und da sind ja ganz viele, die wiederkommen von der Arbeit und sowas. Und die dann alle um 16 Uhr ungefähr Feierabend haben. Und ja. Die Züge waren auch womit voll. Also alles war irgendwie voll. Aber das ist halt so, ne? Wenn man einen Bus fahren muss, dann sind die immer voll. Aber ich kenne das ja schon von der Schule, weil die Schulbusse fahren ja immer mit dem Schulbus nach der Schule und auch wieder zurück. Und dann ist das immer so voll. Ist ja auch tatsächlich windig bei uns, ne? So. Jetzt habe ich gerade eine Narbe. Die kann ich aber leider jetzt nicht beantworten. Ich muss hier nämlich noch 140 Kilometer fahren. Ich weiß gerade gar nicht, warum der so langsam ist. Wahrscheinlich, weil wir zwei Anhänger hinten dran haben. Ich habe auch mal LS22 gezockt. Und ich muss sagen, es funktioniert auch mit dem Lenkrad ganz geil. Aber es gibt natürlich auch da ein paar Lacks, weswegen ich das nicht spielen kann. Also ich habe natürlich mal ein Testvideo gemacht. Und ja. Nee, geht einfach nicht. Mario Trucksball-Rolle 2 bewegt sich auch so langsam dahin, dass ich wahrscheinlich bald keine Videos mehr davon mache, weil es einfach nur rumlackt. Und ich habe keinen Bock, Videos aufzunehmen, die man dann auf YouTube nicht angucken kann, weil die einfach so lacken. Und wahrscheinlich kommt auch bald kein Euro Trucksball-Rolle 2 Video mehr. Mal sehen. Mal sehen, wie es sich so jetzt ergibt. Ob dieses Video jetzt hier, was ich gerade drehe, wirklich so hart lackt, dass es wirklich nicht zum Angucken ist. dann wird wahrscheinlich auf jeden Fall die nächste Woche wahrscheinlich ein letztes Video von Euro Trucksball-Rolle 2 gehen. Weil im Endeffekt mache ich ja immer dasselbe. Ich fahre jetzt von irgendwo nach irgendwo. Und ja. Also es wird wahrscheinlich auch nächste Woche dann so bald kommen, dass ich Euro Trucksball-Rolle 2 komplett beende. Ich habe ja auch schon so viele Videos von diesem Euro Trucksball-Rolle 2 gemacht, weil ich es ja jeden Montag praktisch veröffentliche. Und ich möchte auch aktuell andere Dinge machen. Und es kommen auch andere Spiele. Beispielsweise am Dienstag kommt ein anderes Spiel, was ich so noch nicht gespielt habe. Ich will natürlich auch wieder neue Simulationen spielen. Und nicht immer dieselben. Aber ich will natürlich auch die Spiele zu Ende spielen, die ich angefangen habe. Und nicht immer neue Projekte anfangen. Deswegen will ich natürlich auch nicht jetzt hier mal 100 Millionen neue Projekte starten, neue Videos von irgendwer drehen. Weil ich will natürlich das Spiel komplett zu Ende spielen. Und das geht so dann natürlich nicht. Und ja. Also ich habe ja beispielsweise Minecraft Dungeons komplett durchgespielt und dann habe ich neue Spiele angefangen. Und das wird auch so komplett weitergehen. Also das kann ich euch auf jeden Fall jetzt schon sagen. Aber es ist trotzdem natürlich geil. Also ich will natürlich die Spiele durchspielen. Beispielsweise Minecraft Dungeons habe ich aufgehört, weil es einfach scheiße ist. Habe ich festgestellt. Deswegen gibt es da kein Ries mehr. Sonst hätte ich es natürlich auch fertig gespielt. Aber es ist einfach ein Scheißspiel geworden. Oder ist ein Scheißspiel. Deswegen spiele ich Minecraft Dungeons nicht. Ähm, ja. Aber es steht auch, wenn ihr bei mir auf Playlist geht, dann seht ihr auch, wo ich überall noch Videos mache und wo nicht. Und ja. Also ich habe beispielsweise Bustelbadour 18 Jahre noch mal gespielt. Glaube ich. Das kommt, also entweder kommt das Video heute noch oder es kam schon. Ich weiß es tatsächlich selber nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das ja einmal gespielt. Und ja. Eigentlich wollte ich auch Blockbundle.de wieder spielen. Also es ist ja der Minecraft Server von Alquimax. Werde ich auch wieder. Ähm. Allerdings jetzt erstmal noch nicht. Da kommt aber auf jeden Fall auch glaube ich in dieser Woche wieder ein Video. Es sei denn, ich habe tatsächlich schon, also ich habe nämlich schon die ganzen Videodinger fertig gemacht. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall kommen so neue Spiele, die vielleicht geil werden. Mal gucken. So. Okay. 84 Kilometer noch. Das müsste doch passen. Also wir sollen um 11.07 Uhr da sein. Und es ist jetzt gerade 9.47 Uhr. Geil. So. Wir müssen jetzt hier mal rechts rein. Also es ist wirklich ein bisschen nervig, dass das hier längst. Also es wird nächste Woche wahrscheinlich wirklich das jetzt Video geben. Oh, hier wurden Tesla angehalten. Geil. Also, ich glaube tatsächlich wirklich. Weil, ähm, es macht auch keinen Spaß mehr, wenn es hier nur rumleckt. Und deswegen, ja, denke ich, wird es bald keine Videos mehr geben. Am 14. Äh, am 14. Ja doch, am 14. ist ja auch die EM, ne? Fängt die EM an. Da ist ja auch direkt das Deutschland gegen Schottland spielen. Immerhin hat Deutschland, die ja gegen, äh, ich weiß gerade gar nicht, gegen wen die gespielt haben. Auf jeden Fall haben sie gegen irgendwas gewonnen. Also gegen Ukraine haben sie, haben sie nur durchgespielt und das Spiel danach haben sie recht 2-1 gewonnen. In der letzten Minute doch. Das wäre es unentschieden gewesen. Ich glaube, 89. Minute haben die nochmal das 2-1 rausgeballert. Ähm, die standen ja auch sogar im Rückstand, ne? Die hatten ja, äh, erst 1-0. Da hat ja irgendeiner in 33. Minute oder so ein Tor geschossen. Dann haben die nochmal in der, was weiß ich, in der 15. Minute geschossen. Und dann nochmal in den 89. Ich muss sagen, wenn die so spielen, kann es was werden. Ich weiß ja nicht, was, warum die jetzt alle irgendwie gegen Manuel Neuer sind. Also klar, er ist immer noch ein Top-Spieler, Torwartspieler. Und mal sehen, wann, also wie lange er jetzt noch spielt. Also wahrscheinlich noch so lange, bis er kann. Weil aufhören tut er, denke ich, mal nicht so schnell. Torwarte, ich weiß gar nicht, hören die auch schnell früh auf. Also ich weiß gar nicht, wie alt Manuel Neuer ist. Aber so ab 40 ist doch schon so ein Alter, wo dann die meisten aufhören oder nicht. Also die den meisten Fußballspieler, oder gibt es auch noch ältere, die Fußball spielen. Also ich weiß es nicht, weil ich gucke mir die ältere, ältere, Dinger nicht an. Ja. Achso, ich habe ja gesagt, dass ich, ähm, die Festwarte hole, damit ich auch Forza Horizon 5 und sowas mit den Lenkern spielen kann. Allerdings schaffe ich das noch nicht zu holen. Ähm, das dauert noch ein bisschen. Also nicht wundern. Ah, bitte nicht umfallen, bitte nicht umfallen. Ich fahre hier. Bremsen. Okay, alles im grünen Bereich. Also im roten Bereich, weil es rot ist, aber egal. 80 darf ich fahren. Oder? Oh ja, tatsächlich. Heute darf ich mal 80 fahren. Geil. Ich sage mal so, die Kameranzahl fahren wie die Autos. Nicht so, wie auf der Autobahn. So. Okay. 11 Kilometer noch und dann sind wir endlich angekommen. Ich wollte eigentlich FIFA 24 spielen, weil das im Game Pass drin war. Allerdings ist es irgendwie rausgenommen worden. Aber, also EA, FC 24, also da, das komplette Spiel ist noch nicht drin gewesen, sondern nur so eine, also du konntest zehn Stunden praktisch dieses Spiel spielen. Es kommt aber so oder so irgendwann im Game Pass rein. Ich habe schon geguckt, wann und, ja, dauert, naja, nicht mehr ganz so lange, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also dauert natürlich noch schon ein paar Monate, aber ich werde es auf jeden Fall dann auch spielen. So. Aber das kommt auf jeden Fall noch. So, wo muss ich jetzt hin? Geradeaus, okay. Merke jetzt auch erst gerade, dass wir 10.000 fast haben. Nicht wundern, das ist übrigens auch ein neues Spiel-Dings, weil ich habe eigentlich einen anderen Account, aber da habe ich irgendwie noch keinen Bock gehabt, das hier alles einzustellen und auch keine, Autsch, keine Zeit tatsächlich. Die Zeit, die fehlt mir tatsächlich auch, um alles einzustellen. Ja, deswegen spiele ich gerade erst mal auf diesem Account. So, ich bin gerade natürlich in Eile, deswegen kann ich es nicht machen. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Liken, Abo und einen Kommentar, da schaut außerdem auch auf meinem Disco-Lock, wobei der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute, euer Sandow. Ciao, ciao.